hallo kapo hier heute mal ein ganz anderes video kein champions guide kein anfänger guide oder anfänger video oder ein news video heute mal ein promotion video für mich hat zwei verschiedene wie soll ich sagen zwei verschiedene ansatzpunkte warum ich das video mache erstens natürlich promotion eigener sache ist klar aber auch an zweiter stelle weil immer mehr leute mich angeschrieben haben wie sie mich unterstützen können in welcher form auch immer sei es geltlich sei es anders dass sie irgendwas tun müssen um mich zu unterstützen ohne geld für sich selber auszugeben etc da gibt es zurzeit unterschiedliche möglichkeiten und zwar die möglichkeit die ihr wahrscheinlich kennt gerade beim stream man kann natürlich ein abo hinterlassen man kann bits spenden oder normal geld spielen das sind so die möglichkeiten die zum beispiel bei twitch gibt denn wurde auch gefragt wo bleibt am meisten hängen für dich was ist sinnvoll natürlich am sinnvollsten oder nicht am sinnvollsten wenn man so sieht ist in abo betwitsch es ist einfach so da bleibt nicht mal die hälfte hängen genauso wie mit bits genau das gleiche da gibt ihr sage ich mal fünf euro aus und ich habe davon wenn überhaupt zwei euro sage ich mal jetzt mal ganz grob gesagt dass man nur so am rande erwähnt die nächste sache ist also wenn ihr wollt wenn ihr mehr geld spendet das am meisten hängen bleibt dann geht es am einfachsten über paypal ist einfach so weiter bleibt einfach am meisten hängen als freunde und bekannte kann man da spenden dann kriege ich die vollen 100 prozent die ihr auch spendet dann wurden aber auch viele leute also haben viele leute mich angeschrieben gesagt ich würde mir gerne helfen aber ohne geld auszugeben ist auch kein problem habe ich aktuell zwei sachen aktiv die eine sache ist jetzt noch sieben tage gültig also sei es ab heute sieben tage gültig bis nächsten donnerstag also vom datum her gucken wir mal schnell bis 28 vierten und zwar geht es darum da habe ich werde ich einen link unten posten in der video beschreibung und zwar geht es um das spiel red shadow legends ihr müsst den link anklicken das spiel installieren und das tutorial spielen was circa zehn minuten dauert und dann werde ich damit auch unterstützt geltlichheit von der promo aktion von wait der link ist jetzt wie gesagt sieben tage gültig danach ist es abgeschlossen ich muss mindestens 20 leute erreichen also nicht mindestens maximal 20 leute erreichen um den vollen bonus zu bekommen minimal fünf leute ja das wäre die eine aktion und eine andere aktion die ich noch an laufen habe die aber zeitlich überhaupt nicht gewonnen ist und zwar ist auch der link in der video beschreiben bzw zwei links geht es darum habe ich eine kleine promo aktion mit den ld player wer den ld player nicht kennt das ist so was wie plus text also plus text ist ja der erfolgreichste von der anzahl her der downloads und der zweiterfolgreichste ist halt der ld player wer sich über den link den ld player runterlädt kriege ich auch ein bonus bzw wer den ld player und erwarten chaos era was aktuell das spiel ist was ich streame runterlädt kriege ich einen höheren bonus na also deshalb sind zwei links ein link ist nur der ld player und der zweite link ist halt ld player plus raken chaos era ist auch beides in der video beschreibung verlinkt ja das war es eigentlich schon mit dem video das sind die sachen wie ihr mich unterstützen könnt wie gesagt anfragen waren da deshalb dachte ich mache ich ein video und brauche nicht immer jenen das einzelne erzählen schicke ich ihnen einfach den link vom video und dann ist alles erklärt ok dann würde ich sagen wie immer sehen wir uns im nächsten stream im nächsten youtube video oder bei mir auf dem discord bis dahin ich bin euer kapo macht's gut ciao ciao